Na, viel Stress gerade? Batterien leer? Tja, da hilft nur eins. Einfach einsteigen und schon fährst du fort. Eine neue Saison, ein neues Erlebnis. Raus aus dem Alltag, rein in den Urlaub. Und fürs Fortfahren haben wir genau den richtigen Reisebegleiter am Start. Der Carabus und Caratour, jetzt neu, auch auf Fort Transit. Neue Basis, alte Stärken, genial miteinander vereint. Zwei unserer beliebtesten Grundrisse, jetzt in der Basis mit 10 PS mehr. Charakterstarken Design und 15 cm mehr Kopffreiheit im Innenraum. Höher, stärker, schneller. Mehr Campervan und das zu einem sensationellen Preis-Leistungs-Verhältnis. Sportliche Fahrdynamik von Ford trifft auf bewährten Weinsberg-Wohlfühl-Wohnraum im XL-Format. Gigantische 205 cm Stehhöhe im Innenraum. Und die Stauräume sowie das Raumgefühl wachsen gleich mit. Natürlich gibt's im Ford Transit genügend Platz für alles, was in einen echten Weinsberg-Campervan hineingehört. Eine voll ausgestattete Küche mit extra Arbeitsfläche und Kühlschrank an der Stirnseite. Die extra gemütliche Sitzgruppe. Das geräumige Bad mit temperierter Duschwanne. Und besonders lange Querbetten mit bis zu 203 cm Länge im Heck. So ausgestattet kannst du fahren, wohin du willst. Denn dieser Campervan bietet dir wirklich überall ein gemütliches Zuhause. Also, worauf wartest du? Fahr einfach mal Ford mit dem neuen Carabus und Caratour-Modellen. Jetzt auch auf Ford Transit. Fahr einfach mal Ford Transit. Fahr einfach mal Ford Transit. Vielen Dank.